Ja, IGN waren wohl ein bisschen schneller. Okay, ähm. Alles klar, alles klar. Okay, hier. Lucy. Multiplayer-Game. I don't care. Ähm. Ich meine, der Style davon sieht richtig gut aus. Das ist richtig, das ist richtig nice, das Pixel-Art, aber wenn ich halt so multi... Ich werde es eh mit niemandem spielen können, wenn ich sowas sehe. Deswegen einfach nur, mich halt selber auch nicht in irgendwas reinzusteigern, muss ich es sofort irgendwie abbrechen für mich. Äh. Okay. Okay, ist immer noch das Spiel? Okay, was ist das? Heidewa! Wisst ihr noch damals, als ich Heidewa? Das sieht aus wie, wie das Artwork von irgendwie so einem Null-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art. Das ist ein 15-Bart-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art-Art Okay, so now you're going to connect it in with chains. You're going to drag the chain onto an instrument. That's why. Submits your request, but you could also hit. No word. Oh, that's kind of dope. Yeah, yeah. Okay. Yeah, nothing for me. Okay, what do we do here? Redfall? What? What? Coming... But... It's just... What? What? Why is that...? Oh, okay. Irgendjemand spricht die... Okay, all right. Literally black voices. Okay, all right. But I was just like... What? Okay... No. No. They run from the source where the funding comes from. Yeah, that's the relative Double-Rack Steel. So a bit... Oh, that's a little fussy. I've not seen from Steel itself, that's so close to the app. I mean, in Beat'em Up I always want to have a lot. drauf gar nicht lügen Kungo. Boah, technisch. Ich meine, ich hätte an sich Lust auf so ein... Sieht aus wie so ein bisschen so Final Fantasy 15 irgendwie. In dem Setting. Mit der UI und so allem so ein bisschen. Aber... Ist das wie in Dreams oder so leider dann gemacht. I'm sorry. Aber wenn ich das halt bei einer Präsentation hier gezeigt bekomme, dann... Dann muss ich dann auch ehrlich sein. Okay. Okay, das ist einfach nur... Okay, du musst die Felder ausfüllen. Solve Puzzles for finding critical path. Ja. Okay, das sah leider sehr langweilig aus. Ist das wirklich nur diese Art von Puzzle over and over again? Okay, da habe ich glaube ich fünf Minuten dran Spaß und dann war es das. Oh Gott. Und das ist dann einfach wirklich nur ein weiteres... I'm sorry. Es tut mir leid, aber das ist... Alter, wie lange muss das denn gezeigt werden? Okay, I get it. Okay, das ist cool. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das sieht... Okay. Okay, stilistisch. Stilistisch neue Asteroids-Auflage. auch mit... auch mit... äh... tatsächlicher so... Ah, Xbox One kommt raus. Okay. Warte mal, Limited Demo Available on Steam Now. Wie heißt das noch? Ich mache es direkt mal so, damit ihr euch gleich nicht wieder die Hose einscheißt. Ähm... Super Space Club. Das sah cool aus. Das hat da auch einen sehr sicheren Stil gehabt. Super Space Club. Okay. Alles klar. Add to your wish list. War da keine? Ammo? Now? Nö. Lügen. Lügen. Ich sehe hier keine... Das ist doch normalerweise ist eine Demo doch eigentlich immer was separates, oder? Haben wir es mit Steam Demo fest verwechselt? Okay. Also ich packe es mir auf jeden Fall mal auf die Wishliste. Obwohl es kommt auf der Xbox raus. Dann hole ich es mir lieber auf der Xbox. Gerade bei einem gerade bei einem Twin-Stick-Shooter. Aber das sieht cool aus. Ja, das war's. Ah, okay. Ein interessantes Spiel. Sorry. Of course the white person doesn't like it. Ähm... Nee, sorry. Ja, okay. Dann haben wir die gerade auch noch schnell durchgemacht. Dann habe ich wenigstens alles da draus gecaptchert. Ich meine... Die Sachen habe ich mir jetzt nicht alle live angesehen. Ich weiß, wir hatten noch das Accessibility-Ding, aber... Oh, Wholesome Direct. Ich bin... Wholesome Direct habe ich mir gestern ein bisschen bei Hooked angesehen von den Sachen. Da waren auf jeden Fall ein paar coole Dinger mit... Dinger mit drin. Jawohl, komm. Wir haben jetzt... Dinger mit drin.